Wenn ihr natürlich noch eine Folge sehen wollt, deshalb Leute, ihr könnt ja gerne mal eine Bewertung da lassen oder einen Kommentar schreiben, ob ihr gerne nochmal eine Folge davon sehen wollt oder nicht. Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute liebe Freunde geht es endlich los mit der Snapchat-Integration. Und was meine ich damit? Ich hatte ja schon gestern im zweiten Video angekündigt, dass ihr mich adden könnt auf Snapchat unter dem Namen CraftingPad1 und ich habe jetzt auf Snapchat eine ganz kurze Ankündigung gemacht und es geht übrigens total ab, also ich kann leider nicht allen antworten auf Snapchat, es tut mir wirklich leid. So und zwar sehen wir hier, ich habe diesen Snap hier gepostet vor 11 Minuten. Ich wollte jetzt das 6 Uhr morgens Video aufnehmen und ihr könnt mir jetzt Snaps senden und die werde ich dann in der Aufnahme zeigen und ich werde auch immer antworten und das immer pro Kill, also let's go. Genauso sieht es aus, ich werde jetzt nämlich wie gesagt folgendes machen, ich werde jetzt nämlich Spielmodi spielen und ich werde dann immer pro Kill einen Snap von euch einblenden und auch antworten und ich denke mal das kann ziemlich lustig werden. Und ich würde sagen, wir starten erstmal in einem Spielmodus, wo das eventuell nicht so ganz hektisch ist und zwar dachte ich mir, wir beginnen einfach mal bei Skywars und zwar Camping, also auf der Map Camping. So, weil hier ist es wenigstens so, okay, ich kann mich nochmal in Ruhe verziehen, ich kann nochmal in Ruhe das machen, aber es ist manchmal sonst ein bisschen doof. Ich werde übrigens in Snapchat auch nicht an Anrufe drangehen, weil mich da immer wieder ein paar Leute anrufen, aber ich werde da nicht drangehen, Leute, also ihr könnt es ruhig machen, aber ich werde da definitiv nicht drangehen. So, weil das ist halt einfach zu viel und das ist dann ein bisschen doof. Ich werde auch auf Snapchat mega aktiv sein, also ich kann nur jedem, wirklich jedem empfehlen, wenn ihr mich ein bisschen stalken wollt, dann könnt ihr das am besten machen auf Snapchat, weil da werde ich, wie schon eben erwähnt, sehr aktiv sein, weil ich es einfach feiere, so ein paar Bilder immer zu posten und so. Ja, okay, ich bin gespannt, Leute, ich habe das Ganze übrigens ein bisschen, naja, provisorisch nicht, ich habe mir da schon ein paar Gedanken zu gemacht, ich habe mir das ein bisschen angeschaut, wie das so funktioniert. Ähm, und zwar mit dem iPhone anschließend, sowas, denn ihr seht ja, ich habe mir gerade mein Handy angeschlossen und das war gar nicht mal so einfach, muss ich sagen, weil ich ein iPhone benutze und da muss man so ein spezielles Kabel, spezielles Kabel kaufen. Was macht der denn? Hä? Hack oder lag, Leute? Hack oder lag? Was ist jetzt hier los? Okay, das war definitiv der allererste Kill, liebe Freunde und dementsprechend, ich will mir nur ganz schnell einen Brustpanzer machen und danach, äh, möchte ich mir Will ich den ersten Snap abspielen? So, hoffentlich schaffen wir das. So, okay, Leute, äh, wir schauen mal ganz kurz vorbei, ihr seht, es geht hier im Sekundentakt los, wir gehen einfach mal auf irgendeinen Random Snap und zwar hier auf Colin Place. Ähm, ich wollte dich fragen, ob du gelb ist und wenn ja, seit wann? Das ist halt jetzt so meine Frage, ne? Was? Ob ich gelb ist? Hä? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden, was? Ja, das habe ich nicht verstanden, deswegen kann ich da nicht antworten und der ist auch schon wieder längst weg, der Snap, wo ist denn der? Schon wieder verschwunden? Ach du Scheiße. Egal, wir gehen einfach auf noch einen Snap. Hi, Pat, ich bin nur noch zwölf Jahre alt. Alles klar, Digga, warte mal, wo haben wir den jetzt hier? Äh, kann ich den hier so antworten? So, dann antworten wir den Kollegen mal. Hier. Moin. Bist in der Aufnahme. Okay, und weg damit. Es ist soweit alles gut. So, und dann nehme ich mein Handy auch wieder zur Seite. Und so ungefähr habe ich mir das vorgestellt, dass wir uns dann halt immer so steigern. Ich kann mir das auch ziemlich stressig vorstellen, wenn man irgendwie andere Spielmodi spielt, die schon, ja, nicht so chillig sind. Keine Ahnung, ob das dann wirklich so realisierbar ist, wie ich es mir vorstelle. Aber ich meine, ein Versuch ist es ja wohl wert. Und wir haben immer noch eine Enderperle und hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Wir sind nicht gut equipped, wollte ich sagen. Nicht gut. Nicht, nicht gut. Alles klar, Digga. Äh, und der... Da ist GOM-HD, Alter! Nice! Mit einem ungespielt Skin. Not bad. Pixel-Design. Moin. Boah, damit hat er wohl nicht gerechnet. Ne, das war doch ein netter Move. Und damit müssen wir wieder auch einen Snap anschauen. Und zwar... Äh, ich gehe mal hier wieder auf den... Was haben wir denn hier so? Wir... Ich gehe mal ein bisschen weiter runter zu Noah. What the fuck? Dann mache ich jetzt auch mal so ein Bild. Warte, wo haben wir den... ...Kollegen... ...Noah, da. Warte. BTF. Jetzt einfach auch mal... ...einfach auch mal zurück rausgehauen. Warum nicht? So, was haben wir denn hier oben? Können wir da... ...dran kommen? Da sollten wir dran kommen. Nein! Ich habe gefailt. Ich wollte den genau mit der Enderperle treffen. Dann kommt sowas bei raus. Klasse! So, wir sind jetzt auch auf der Map Hijacked angekommen. Und ich werde jetzt mal versuchen, in Quick Survival Games auch ein paar Leuten zu snappen. Ich denke mal, hier wird das extrem schwierig. Weil wir einfach... Der Spielmodus an sich, ich denke mal, jeder kennt Quick Survival Games und jeder weiß natürlich auch. Der Spielmodus ist extremst hektisch, was das angeht. Also man hat nicht viel Zeit, man muss schnell reagieren. Und gerade dafür, wenn man Leuten zwischendurch snappen will, ist das nicht unbedingt perfekt geeignet. Aber ich denke mal, das macht es doch irgendwo auch, ja, lustig, würde ich jetzt mal behaupten. So, deshalb, Leute, mal schauen. Wir haben eine... Hatten wir nicht eine Angel? Doch, da. So, deshalb schauen wir mal. Ich werde jetzt wahrscheinlich einen Typen töten und mich dann ganz kurz verziehen. Weil anders werde ich das wohl nicht hinbekommen. So, wo haben wir denn die welche? So, zack. Wir den bekommen, ist jetzt einfach mal fraglich. Oh, ja, 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 jawohl, jawohl. Und dann haben wir den auch down. So, ich verziehe mich jetzt mal ganz kurz nach unten, hinten, unten, hinten. Die Mischung daraus ist unten, ha, hi. Und jetzt schauen wir mal, was denn so abgeht, Leute. Wir schauen mal, was abgeht. Wir gehen mal auf Schal... Opsana, auf Schalinchen. Wir sind bestimmt jetzt mit Snaps zugespampt. Und wie viele Snaps du bekommst eigentlich, schätzt mal. Äh, so, wir snapen mal zurück. Mann. So, hier. So. Bist in der Aufnahme geschätzt. Boah, keine Ahnung, Leute, wie viele das sind. Es sind... Boah, ich kann's nicht. Geschätzt weiß ich nicht zu viele. Es sind wirklich zu viele, Leute, um zu sagen, das sind so und so viele. Es kommen ja sekündlich mehrere Snaps rein. Aber es ist lustig. Also ihr braucht jetzt nicht denken, ach, fuck, du bekommst eh so viele. Ich versuch's erst gar nicht. Leute, spampt mich ruhig voll. Ihr könnt's machen, wie ihr wollt. Ich hab da wirklich kein Problem mit. Also habt da keine Angst oder sowas. Äh, so. Und den würd ich auch noch gern bekommen. Boah, Alter. Jawoll. Jawoll. Die Schelle seinen Vater bekommt da. Und. Oh ja. Doch, es sieht verdammt... Nein, er will mich runter droppen. Und da ist er auch. Down. GG. So. Und jetzt gehen wir zum nächsten Snap. Und zwar gehen wir mal rüber zu Joel. Das Marschant. Hallo, Pad. Ich feiere deine Videos. Kann ich bitte in dein Video? Wo war er denn jetzt? Da. Ja. Ah, so. Dann Glückwunsch und danke. Bis im Video. Und. Warte mal, was machen wir noch hier hin? Wir malen noch mal ganz kurz was. Wir malen so eine coole Sonne. Yeah. Okay. Besser geht's nicht. Und dann noch hier so. Yeah. Perfekt. Geiler geht's nicht, oder, Leute? Hahaha. So, Leute. Ich bin jetzt hier zurück in einer Runde Skywars. Und ich hoffe mal, dass wir vielleicht sogar noch ein schönes Ende finden. Das würde mich zumindest freuen. So. Ja, Leute. Ihr könnt mir auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wo ich denn, wenn ich nochmal eine Episode dieser Serie quasi machen soll. Oder in welchem Spielmodus soll ich diese Idee auch nochmal umsetzen. So müsst ihr mir ja am besten in die Kommentare schreiben. Und dann weiß ich auf jeden Fall fürs nächste Mal Bescheid. Wenn ihr natürlich noch eine Folge sehen wollt. Deshalb, Leute. Ihr könnt ja gerne mal eine Bewertung dalassen. Oder einen Kommentar schreiben. Ob ihr gerne nochmal eine Folge davon sehen wollt. Oder nicht. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Und das wird wohl nichts, Kollege. Mit den Eiern. So. Moin. Perfekt. Den haben wir runter gedroppt. Es war echt knapp. Der Kollege dachte wohl, er kann uns runter droppen. Aber nicht mit uns. Zumindest nicht heute. Und hier haben wir ja relativ viel Zeit. Wir können uns einen Snap aussuchen. Und wir gehen einfach mal auf Luca. Hi, ich bin Lego Crafter 2014. Ich habe die MLG Map gemacht. Ja, dann Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich. Äh. Moment. So. Äh. Danke dafür. Bist in der Aufnahme. Und was machen wir hier? Wir suchen uns nochmal ganz kurz so einen coolen Smiley raus. Äh. Was haben wir hier? Äh. Cool. Perfekt. So. Zack. Raus damit. So. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir töten natürlich noch mehr Leute. Das ist zumindest der Plan. Schaffen wir das? Das ist natürlich die andere Frage. Ich habe leider keine Enderperle. Ich finde, mit einer Enderperle kann man die Leute mal so überragend überraschen. Das ist immer halt der Vorteil. Äh. Vier vielleicht? Nein. Ich habe jetzt keine Enderperle in der Kiste gesehen. Aber eine Eisenhose, die wir auch gut gebrauchen können. Und jede Menge Eisen. Und ich werde mir jetzt erstmal einen Eisenhelm machen. So. Eisen. Okay. Sollte passen. Mehr Eisen benötigen wir auch nicht. Denn wir könnten uns theoretisch ein Eisenschwert machen. Und die Sache ist halt. Äh. Wir haben ja ein Holzschwert, was auf Schärfe 2 verzaubert ist. Und dementsprechend. Och meine Güte. Ey. Wie soll man sich denn da rüber bauen in solchen Momenten? Wenn Leute ständig in der Mitte sind und meinen mit Eiern rumwerfen zu müssen. Ne. Wenn du Eier hast, spiel ohne Eier. Spaß. Aber ist ja okay. Na ja. Ist ja erlaubt. Kann man nichts sagen. Trotzdem nervig. Okay. Abschließend würde ich sagen öffnen wir nochmal drei Snaps. Und ja. Ich guck mal ganz kurz, was hier noch so reinkommt. Marco. Opet, kannst du mal einen Challenging-Kurs gehen machen, dass du bei jedem Kill oder bei SG das Taxi-Pack-Quest. Das wäre auf jeden Fall nice. Und ciao. Ja. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ach, wir waren das jetzt hier. Marco, ne? Äh. So. Page, spiel mit einem anderen Tippee. Warte mal. So. Äh. Mann, ich will antworten. Warte mal so. So. Grüße gehen raus. So. Okay. Ähm. Also ob ich mal mit so einer Challenge machen kann, wo ich jede Runde ein anderes Texture-Pack benutze, könnte ich eigentlich auch mal machen. Colin Bau noch einmal. Kann leider gerade kein Foto machen. Ha. Okay. Warte, ich hab ne Idee. So. You. Mad. Ha. Ha. Okay. Und ich würde sagen, was haben wir hier noch so? Also, wir gehen nochmal auf Kurti. Alles klar, Digga. Ja. Damit würde ich sagen, wäre das Video hier auch beendet. Ähm. Ja. Ich hoffe, das Ganze hat euch hier gefallen, liebe Freunde. Falls ja, lasst auf jeden Fall ne positive Bewertung da. Dann kommt nochmal so ne Folge. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Video. Und schaut auf jeden Fall mal, wie gesagt, bei Snapchat vorbei. Könnt mich da gerne adden unter Crafting Pad 1. Alle Infos auch noch in der Beschreibung. Und ja, Leute. Bis mit Danny. Ciao. Ciao.